Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Buchvorstellung. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer sage, weil ihr könnt es ja selber lesen, aber ich muss es einfach sagen. Es ist einfach ein innerer Drang dazu, das zu sagen. Egal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit dem Video an. Eine Buchvorstellung gibt es heute zu dem Buch Liebe kann man nicht googeln von Julia K. Stein. So sieht das ganz aus. Ich finde ja, das ist eine echt coole Cover-Idee, so mit diesem Tablet. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie so ein Tablet aufgemacht. Also, worum geht es? Es geht um Lena. Lena ist, ich glaube, 33 Jahre alt und ja, sie hat sich jetzt gerade von ihrem Freund getrennt, mit dem sie schon über zehn Jahre zusammen war und weil sie einfach das vermisst hat, dieser Nervenkitzel, das frisch verliebt sein und das war halt alles schon so eingebürgert mit ihm und das hat ihr nicht gefallen, dieser Alltagstrott und ja. Außerdem kam dazu, dass es halt echt, also dass er sie betrogen hat und so, dass ein paar unschöne Dinge vorgefallen sind. Deswegen hat sie die Beziehung beendet. Ja, sie ist Journalistin und arbeitet bei einer Frauenzeitschrift, die sich Grace nennt und ja, ist da mäßig glücklich in ihrem Job. Also, sie erledigt ihre Arbeit, auch wenn das jetzt nicht ganz so die anspruchsvollsten Themen sind, die sie hat. Sie gibt auch vor ihrer Familie vor, für ein, ich glaube, wissenschaftliches Magazin oder so zu schreiben und ja, also was halt leider nicht so ganz stimmt. Aber eigentlich ist sie relativ zufrieden damit. Sie verdient ihr Geld und sie hat extrem viel Zeit in der, während der Arbeitszeit, wenn sie ihr Pensum schon geschafft hat, noch im Internet rumzusurfen und ja. Ja, jetzt kommt es dazu, dass eine von Lenas Freundinnen, nämlich Caro, heiratet und die ihren Junggesellenabschied, ähm, ja, feiern und fahren dazu nach Sylt, auf Sylt. Auf Sylt, glaube ich. Heißt doch, ja, auf Sylt. Ist ja auch egal. Sylt, auf jeden Fall. Und ja, die machen sich fertig und hübschen sich halt alle auf und gehen dann feiern und dabei lernt sie Björn kennen. Und Björn haut sie einfach aus den Socken. Er sieht unglaublich gut aus, scheint relativ erfolgreich zu sein, aber er gibt nicht sonderlich viel Preis über sich selbst und ja, dann kommt es zu ein paar Verwicklungen und ja, natürlich können beide, bleiben beide nicht lange auf Sylt und die Wege trennen sich wieder, aber sie kann nicht so ganz vergessen, was so mit Björn abgelaufen ist und denkt immer wieder an ihn und ja, es kommt dazu, dass Björn jetzt nach München zieht, wo Lena jetzt auch wohnt und die beiden sich dann häufiger über den Weg laufen. Zwischenzeitlich passieren leider noch ein paar dumme Sachen auf der Arbeit und ihre Eltern, die haben auch eine mittlere bis schwere Midlife-Crisis. Und nebenbei schreibt Lena einen Blog und zwar schreibt sie ihr Leben auf diesem Blog. Das ganze Buch ist aufgebaut wie ein Blog, also wir haben immer diese Einträge und somit können wir die Geschichte verfolgen durch die Blog-Einträge, die Lena halt postet. Ja, und was dann noch so weiter passiert, wie es mit Björn weitergeht und ihrem Job und ihren Eltern, das müsst ihr natürlich selber lesen in diesem Buch. Das Buch hat ziemlich genau, ich glaube, knapp 450 Seiten, ein bisschen drunter ab 445, aber auch auf jeden Fall so in dem Dreh, kostet 9,99 Euro und ist im Gemeiner Verlag erschienen. Das Buch hat mir die liebe Autorin selbst zugesandt und zwar hat sie mir eine total süße Signatur mit einem Herzchen reingeschrieben. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut, mein erstes signiertes Buch. Ja, auf jeden Fall hat sie mich per E-Mail angeschrieben und ich hatte es schon vorher bei der Prinzessin Anne gesehen, das Buch und sie war auch unglaublich begeistert davon. Und von mir hat das Buch jetzt letztendlich vier Sterne bekommen. Es hat mir echt richtig gut gefallen dafür, dass es so ein Chiclet-Roman ist und es ist echt witzig. Und ich muss sagen, Julia, du kannst einfach schreiben. Das ist unglaublich. Also sie hat, die Autorin hat, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, sie hat auf jeden Fall in dieser, ja, Germanistik war es nicht. Moment, ich suche gerade mal, ich will jetzt keine falschen Aussagen machen. Ja, über Literatur promoviert. Und ich finde, man merkt das auch. Sie hat einen unglaublich tollen Stil. Es geht sowas von richtig flüssig runter. Es ist keine schwere Kost. Wir sind hier in einer Frauenliteratur und es ist witzig und locker leicht geschrieben. Aber es ist so, so, so was von flüssig geschrieben. Man, man liest das einfach so weg, als wäre alles so ein Satz. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so, es geht einfach fantastisch ineinander über. Das ist mir echt aufgefallen. Es hat mir so, so gut gefallen, wie sie einfach geschrieben hat und dabei diesen Witz nicht verliert. Und ich muss sagen, an manchen Stellen dachte ich so, das hat es jetzt nicht gesagt. Also wirklich so was von offen, wie soll ich sagen. Also da werden so Dinge ausgesprochen, die sich bestimmt so einige Leute schon mal gedacht haben. Aber das sind so Sachen, die sind lustig, aber die spricht man einfach nicht aus, weil sie halt schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Pfeffer haben. Aber es fand ich total witzig, dass das mal ausgesprochen wurde. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Ja, also ich meine, es ist halt chiclet. Man kann sich ja denken, worauf es so hinausläuft. Aber das finde ich gar nicht schlimm, wenn man sich auf sowas einlässt. Und die Protagonistin, also Lena, ist halt hier total besessen vom Internet. Deswegen heißt es Liebe kann man nicht googlen, weil Google an sich, Suchmaschine und Internet hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ich denke, dass es ziemlich gut eingefangen ist, weil ich bin auch so jemand, wenn ich irgendwas nicht weiß, ich schmeiße es sofort in Google rein. Wenn ich irgendwas haben will, dann gehe ich jetzt mal auf Amazon gucken oder Ebay oder sonst was. Und das Leben dreht sich schon extrem viel übers Internet oder Facebook oder jetzt bei mir zum Beispiel auf YouTube. Und ja, es ist halt sehr übertrieben dargestellt in dem Buch. Aber so falsch ist das einfach gar nicht. Also wir bewegen uns halt schon extrem viel im Internet rum. Und ja, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, ist es doch schon sehr erschreckend. Ja, aber ich finde es gut. Also im Buch ist es echt top eingefangen und es hat mich auch so darüber überlegen lassen, so ja, meine Güte, also wäre ich jetzt 40 Jahre vorher geboren worden, was hätte ich denn eigentlich mit meiner ganzen Zeit gemacht, die ich jetzt im Internet verbringe? Das ist schon wirklich interessant. Ja, wie gesagt, es ist schon ein super lustiges Buch. Es hat mir echt richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere alle durchweg. Ich hätte ja irgendwie mit einem anderen Ende gerechnet. Aber gut, so ist es auch gut, wie es gekommen ist. Ja, auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Es ist eine absolute Empfehlung von mir. Und ja, mehr habe ich, glaube ich, gar nichts zu dem Buch zu sagen. Danke, Julia, dass du mir dein Buch zugeschickt hast. Ich habe mich echt gefreut darüber und ich schaue jetzt mal, es gibt noch ein anderes Buch von dir. Das gucke ich mir jetzt auch erst mal an, ob das vielleicht auch was für mich ist. Und ja, auf jeden Fall empfehle ich euch dieses Buch. Vier Sterne. Schaut es euch an. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020